Hi, mein Name ist Philipp Scharten von der Firma Stagelife.events und ich stelle euch heute das LED PLL480CW-WW-Panel von Eurolight vor. In dem Warm-Weiß-Rooter sind insgesamt 480 LEDs verbaut, die stufenlos dimmbar sind. Zudem lässt sich die Farbtemperatur von 3200k bis 5600k stufenlos einstellen. Vor den LEDs befindet sich eine milchige Diffusorscheibe und 4-Torblenden, die genau wie das Gehäuse aus flachen, aber auch robustem Metall besteht. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein passiver Konvektionskühler, Powercon In-and-Out, DMX In-and-Out und ein Bedienfeld, wodurch sich das Gerät ansteuern lässt. Zudem kann man das Gerät natürlich über DMX ansteuern, aber auch als Stroboskop benutzen. Wir haben uns für das Gerät entschieden, da es für Studiosituationen, für Greenscreen-Situationen, aber natürlich auch für Kameraaufnahmen zum Ausleuchten sehr gut geeignet ist. Weitere Informationen zu dem Gerät findet ihr unter dem Video. Bis dann!